Guten Morgen. Bevor ich mit meiner Predigt anfange, möchte ich ein paar Infos von unseren Missionaren weitergeben. Einmal Paul und Susanne Funk sind in Peru angekommen. Sie bedanken sich für ihre Gebete. Dann lässt Mona die Gemeinde ganz herzlich grüßen. Sie kommt im Sommer nach Deutschland und freut sich schon gemein drauf, uns alle zu sehen. Und es liegen neue Rundbriefe aus von unseren Missionaren. Also dürft ihr gerne euch bedienen und für unsere Missionare beten. Das Leben schreibt mit jedem Einzelnen von uns seine Geschichte. Manche Geschichten sind schön, erfreulich. Andere Geschichten sind schwer, frustrierend, traurig und sehr zerstörend. Wir lesen in 1. Mose ab Kapitel 37 von einem jungen Mann. Den hat der Name schon erwähnt, Josef, wie er in seinem Leben, was er alles in seinem Leben erlebt hat. Er war einer von einer Großfamilie. Er hatte zehn ältere Geschwister. Er war der Jüngste, der Lieblingssohn seines Vaters, weil er von der Lieblingsfrau seines Vaters geboren wurde. Und zu alledem war Josef, so lesen wir in der Bibel, jemand, der seinem Vater alles hinterbracht hat, was die Jungs so getrieben haben, was sie so angestellt haben. Und das war nicht unbedingt positiv. Also wenn ich an mich denke, wenn ich meinen Eltern was verpetzt habe, was meine Geschwister gemacht haben, dann waren zuerst die ganzen negativen und dann ab und zu mal was Positives. Und ich kann mir vorstellen, dass Josef so ähnlich war. Dass er zu seinem Vater ging und gesagt hat, Vater, weißt du, was deine Jungs angestellt haben, wenn du wüsstest. Ich kann mir auch vorstellen, dass Josef das so ein bisschen auch als eine Art Waffe benutzt hat. Ich sag's dem Papa. Und dann geht's euch dreckig. Zu alledem bekommt Josef noch von seinem Vater einen bunten Mantel, den man schon von Weitem erkennen konnte. Ach, da kommt Josef. Und hinzu kommt noch, dass Josef erzählte, ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum. Wir waren auf dem Feld, haben Gaben gebunden und dann richtete sich meine Gabe auf und ihr, eure Gaben verneigten sich von meinen. Was denkst du dir, was das für ein Traum ist? Warum träumst du sowas? Und dann kommt Josef und sagt, ich habe einen Traum. Die Sonne, der Mond und die elf Sterne haben sich von mir verneigt. Der Vater war dabei. Josef, wie kannst du nur sowas träumen? Und ich habe mir überlegt, kann man überhaupt Träume sich aussuchen, was man so träumt? Josef berichtet von diesem Traum. Und sein Vater heißt es, bewahrte diese Worte in seinem Herzen. Nach einer Zeit lang sagt der Vater zu Josef, geh mal gucken, wie es deinen Brüdern geht. Josef zieht los, er sucht sie, findet sie. Erstmal nicht, dann findet er sie endlich und dann sehen sie ihn schon von Weitem. Hey Jungs, da kommt unser Träumer, das ist jetzt die Chance, jetzt können wir ihn endlich klein machen. Sie wollten ihn umbringen, aber Ruben, der Ältere, hat ein schlechtes Gewissen gesagt, das ist einer von uns. Wie sollen wir unseren eigenen Bruder umbringen? Komm, da ist ein Brunnen, da schmeißen wir den rein und hofft im Geheimen, ihn dann irgendwie da rauszuholen und heimlich wieder zu seinem Vater zu schicken. Die Geschichte ist die, Josef wird von seinen Brüdern, eigenen Geschwistern verkauft. Wird hinterhergezogen von Kameltreibern, als Sklave gebunden, ohne Rechte, ohne Freiheiten. Und dann, was ihm wohl durch den Kopf ging, meine eigenen Geschwister haben mich verkauft. Und das auch nur für 20 Silberlinge. Bin ich denn nicht mehr wert, als nur 20 Silberlinge? Und dann kommt Josef auf den Markt, wird angepriesen wie so ein Stück Vieh. Potiphar ersteigert ihn, holt ihn zu sich nach Hause. Und dort darf er dann bei Potiphar bleiben. Es heißt dann in 1. Mose 39, Vers 2, Und der Herr war mit Josef, dem alles gelang. Ich weiß nicht, was Josef so Gedanken waren unterwegs, was ihm durch den Kopf ging. Wenn ich nach Hause komme, wenn ich wieder da bin, Leute, ihr könnt eure Sachen packen. Es wird euch dreckig gehen. Ich werde mich an euch sowas von rächen. Aber wir lesen nichts davon. Wir lesen, dass Josef jetzt bei Potiphar war, dass er dort sein Bestes gegeben hat, das Beste, was er konnte. Er hat gearbeitet, fleißig gearbeitet. Und es gelang ihm alles. Und so wird Josef von Potiphar eingesetzt, als Verwalter seines ganzen Hauses. Ob Josef wohl daran gedacht hat, ich habe meinen Traum erfüllt, jetzt geht es mir gut, jetzt kann es nur noch besser werden. Doch Satan schläft nicht. Und so versucht die Frau Potiphar, der ist zu Hause, zu langweilig war, Josef zu überreden, mit ihr ins Bett zu steigen. Aber Josef lehnt ab, er weigert sich und läuft davon. Sie erzählt den Dienern eine Geschichte, dass Josef etwas von ihr wollte und sie hat losgeschrien und hat Panik bekommen und ist abgehauen. Die gleiche Geschichte erzählt sie ihrem Mann, dem Potiphar. Und dann heißt es, dass Potiphar sehr wütend wurde, sehr zornig wurde. In 1. Mose 39, 19 bis 20 heißt es, als nun sein Herr die Rede seiner Frau hörte, als sie sprach, so und so hat mir dein Knecht getan, dann brannte sein Zorn. Und der Herr Josefs nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen, so war er dort im Gefängnis. Es scheint so, als würde Potiphar seine Frau gut kennen, denn eigentlich als Sklave hast du ja gar keine Rechte. Potiphar hätte alles Recht, Josef zu töten und dann wäre es vorbei mit ihm. Keiner hätte nach Josef gefragt, es ist ja nur etwas, das er auf einem Markt gekauft hat. Es ist sein Verlust, er hat das Geld investiert und jetzt hat er ihn verloren. Aber Potiphar verschont Josefs Leben. Er wirft ihn ins Gefängnis. Und so steht er da. Ich habe einen Traum. Schlimmer kann es doch nicht kommen. Was ist denn jetzt mit diesem Traum? Gott hat mich vergessen, Gott hat mich verlassen. Die Träume, die Gott mir gegeben hat, was ist damit? Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Josef hat einen Traum, sie werden sich alle vor ihm verbeugen und jetzt ist er im Gefängnis. Er wird verkauft, ist Sklave, darf das Haus verwalten und dann kommt er noch tiefer ins Gefängnis. Keine Chance, keine Hoffnung, irgendwie da rauszukommen, denn keiner weiß ja, dass er drin ist außer Potiphar. Aber Gott hat einen Auftrag für Josef, dort im Gefängnis. Josef wurde als Verwalter des Gefängnisses eingesetzt, natürlich unter dem Kerkermeister, über den er die Verantwortung trug. Josef konnte sich frei bewegen. Und so kommt er eines Morgens zu diesen neuen Gefangenen, die da ankamen. Er bringt ihnen das Frühstück, aber Josef merkt, mit den Jungs stimmt was nicht. Und als er die Jungs fragt, was ist denn los? Warum guckt ihr so betrübt? Wir sind im Gefängnis, Josef, hast du vergessen. Wie soll es uns da gut gehen? Aber Josef sieht tiefer, dass da was mehr ist, als nur wir sind im Gefängnis, deswegen geht es uns nicht gut. Gut, etwas beschäftigt die Jungs und er sagt, was ist das? Was beschäftigt euch? Wir haben einen Traum. Und Josef sagt, oh, ich kenne mich aus mit Träumen. Ich habe auch welche. Aber erzählt mir doch, was habt ihr denn geträumt? Und so erzählen sie von diesem Traum, den sie hatten und Josef sagt, die folgende Bedeutung, in drei Tagen seid ihr wieder auf eurem Platz. Du wirst wieder eingesetzt in deinem Job und du wirst kein gutes Ende haben. Aber wenn du wieder daheim bist, wenn du wieder frei bist, denk doch an mich, denn hier bin ich total unschuldig. Man hat mir eine Falle gestellt und ich bin da reingetappt und jetzt bin ich hier. Und so sagt dieser eine, klar, Josef, kannst du dich auf mich verlassen? Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Aber er hat ihn vergessen. Zwei Jahre vergehen, bis Gott eingreift und dem Pharao Träume schenkt. Ich habe einen Traum, den erzählt er den Leuten. Aber keiner vom Hof vom Pharao konnte die Träume deuten, die Pharao hatte. Und da ist dieser Mann, dieser Mundschenk, der dem Josef das Versprechen gegeben hat. Ich denke an dich, ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Und es fällt ihm plötzlich ein, da war doch ein hebräischer Junge im Gefängnis, der hat unsere Träume gedeutet. Wenn dich Menschen vergessen, Gott vergisst dich nie. Das kannst du dir, meine Eltern haben es immer gesagt, hinter die Ohren schreiben. Damit wir es nicht vergessen. Wenn Menschen dich vergessen, Gott vergisst dich nie. Und so war es auch in diesem Fall bei Josef. Und dann heißt es in 1. Mose 41, Verse 14 bis 16. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen und sie entließen ihn schnell aus dem Loch. Er aber ließ sich scheren und wechselte seine Kleider und ging zum Pharao hinein. Und der Pharao sprach zu Josef, ich habe einen Traum gehabt, aber es gibt niemanden, der ihn deuten kann. Nun aber habe ich über dich vernommen, dass du einen Traum zu deuten vermagst, wenn du ihn hörst. Und Josef antwortete dem Pharao und sprach, das steht nicht bei mir. Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient. Josef ist treu in dem, wo Gott ihn eingesetzt hat. Auch wenn er an einem Platz ist, auch wenn er an einem Ort ist, dem nicht gefällt, wo er eigentlich nicht sein wollte. Aber er gibt nicht auf. Was mich hier fasziniert, das heißt, die Pharao sandte hin und ließ Josef rufen und sie entließen ihn schnell aus dem Gefängnis. Er aber ließ sich scheren, das heißt, er nahm einen Bart, die Frisur in Ordnung bringen, wechselte seine Kleider und ging zum Pharao. Er lief nicht so und sagt, jetzt habe ich meine Chance. Er geht zum Pharao. Und dann vor Pharao sprach er zu Josef, ich habe einen Traum. Und ich habe gehört, du kannst Träume deuten, wenn du sie hörst. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht gesagt hätte, bevor ich dir deinen Traum deute, ich möchte dir etwas sagen zu meiner Verteidigung. Dieser Mann, der Mundschenk, der hat mir versprochen vor zwei Jahren, dass er an mich denken wird. Er hat mich vergessen. Ich würde überlegen an deiner Stelle, ob du den noch in deinen Diensten nimmst, weil der ist nicht treu. Und wenn wir schon dabei sind, weißt du, ich bin hier komplett falsch. Man hat mich hereingelegt. Putif hat mich ins Gefängnis geworfen. Ich würde überlegen, ob ich da in meinem Leben ihm anvertraue. Nichts dergleichen. Der Pharao sagt, Josef, ich habe gehört, du kannst Träume deuten. Und Josef sagt, nein, ich kann das nicht. Ich sagte mir, Josef, du kommst so schnell ins Gefängnis, wie du rausgekommen bist. Schnell, als du gucken kannst. Warum erzählst du sowas? Aber Josef kennt seinen Gott. Josef vertraut Gott und er sagt, das steht nicht bei mir. Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient. Josef vertraut komplett auf Gottes Führung. Und so geschieht, wie es geschehen muss. Und Josef erklärt den Traum, gibt die Deutung und der Pharao sagt, es gibt keinen besseren Mann als dich. Du wirst der zweite Pharao im Land. Du hast das Sagen. Einige Zeit später kommen Josefs Brüder nach Ägypten zum Einkaufen. Es gibt eine Hungersnot. Ob sie dabei an Josef gedacht haben, als sie durch die Tore Ägyptens zogen? Es hat sie ja nie so richtig losgelassen, dass sie Josef verkauft haben, dass Josef nach Ägypten unterwegs war. Das hat sie ja nie losgelassen. Sie sind ständig mit diesen Gedanken hinterher gewesen. Wir haben unseren Bruder verkauft. Und dieses schlechte Gewissen, den eigenen Bruder verkauft zu haben, das nagt an ihnen. Das lesen wir in der Geschichte Josef weiterlesen. Da merken wir, dass sie, als Josef sie so ein bisschen hart ran nahm, da kam ihnen der Gedanke, kann es sein, dass das jetzt die Strafe ist, weil wir so mit Josef umgegangen sind? Hat er nicht gebettelt, dass wir ihn freilassen, aber wir wollten nicht hören? Es hat sie nie richtig losgelassen, dass sie ihren Bruder verkauft haben. Und so sind sie da vor ihm und werfen sich nieder. 13 lange Jahre hat Josef nichts von seiner Familie gehört. Ob sie noch leben, wie es dem Vater geht, wie es der Familie geht. Und jetzt stehen sie vor ihm oder knien vor ihm. Ich habe einen Traum. Josef, ob er sich jetzt daran erinnerte, an das, was er geträumt hat, dass seine Geschwister sich vor ihm niederwerfen, ob seine Geschwister den Traum nochmal in Erinnerung gerufen haben. Damals, als Josef ihnen erzählt hat, ich habe einen Traum, die elf gaben. Die sich vor meiner verneigt haben. Auch du hast Träume bekommen. Lebst du diesen Traum, den Gott dir gegeben hat? Bist du in diesem Traum oder hast du ihn beiseite geschoben, weil jetzt im Moment wichtigere Dinge sind? Etwas, was du tun musst, in Vergessenheit geraten, weil was dazwischen gekommen ist? Das Leben schreibt mit jedem von uns seine Geschichte. Ich hatte einen Traum. Als ich 13 war und im biblischen Unterricht bei Roland Marsch, der eine oder andere kennt ihn noch, da wollte ich so sein wie Roland Marsch. Mein Traum war es, so zu predigen wie Roland Marsch. Mein Traum war es, so reden zu können wie Roland Marsch. Auch das Wissen zu haben wie er. Als ich dann 18, 19 wurde, schien dieser Traum zu platzen. Mein Vater ist plötzlich verstorben und als ältester Sohn hatte man mir gesagt, du hast die Verantwortung, auch für deine Familie zu sorgen. Und dann ist alles in Vergessenheit geraten. Aber wenn Gott dir einen Traum schenkt, dann sorgt Gott dafür, dass dieser Traum, den er dir gegeben hat, dass dieser Traum sich erfüllt. Wie bei Josef. Gott gab dem Josef einen Traum. Ich habe einen Traum. Und Josef hat es zweimal geträumt. Und dann kam was dazwischen. 13 lange Jahre. Der Traum begraben. Aber nicht bei Gott. Und dann, als der Zeit erfüllt war, erfüllten sich die Träume Josefs. Zu Gottes besten Zeitpunkt. Ob Josef sich an seine Träume erinnerte, als er so seine Brüder vor sich knien sah. Es waren ja zuerst nur 10, danach kam Benjamin und auch der Vater kam dann dazu. Ob er daran gedacht hat, was alles gelaufen ist in diesen 13 Jahren. Was er alles durchgemacht hat. Von einer Tiefe in die nächste, bis es nicht mehr tiefer geht. Und dann bekommen die Brüder Angst. Josef ist Vize-Pharao. Jetzt wird Josef sich an uns rächen. Was kann er mit uns alles nur machen? Und wir sind selbst schuld daran. Wir haben ihn verkauft. Und jetzt? Aber Josef sagt, ja, ihr habt mich verkauft. Ja, ich bin euer Bruder und ihr habt mich trotzdem verkauft. Man kann es noch so schönreden. Man kann es dekorieren, wie auch willst. Aber das ist die Tatsache. Auch in deinem Leben sind Dinge passiert, die du nicht leugnen kannst, die du nicht schönreden kannst. Der Verlust deines Partners, der Verlust deiner Gesundheit, die Behinderung, der Missbrauch oder die Abhängigkeit, in die du dich gestürzt hast. Das Leben schreibt deine Geschichte. Du kannst es nicht ändern. Es gehört zu dir. Es ist wie so eine Schlagzeile über deinem Leben. Aber Josef lässt es nicht zu, dass diese Schlagzeile der Träumer sein Leben bestimmt, sondern er ist seinem Gott treu, hält an seinem Gott fest und Gott gibt ihm die Kraft, weiterzumachen. Schlagzeilen dienen ja dazu, dass man Aufmerksamkeit erregt, dass man darauf achtet, was da geschrieben steht. Es fällt ins Auge und dann denkt man seine eigene Geschichte weiter, weil wir lesen ja nicht so sehr gerne. Hast du deine Träume aufgegeben, begraben, vergessen, weil etwas dazwischen gekommen ist? Weil du vielleicht jetzt in einer Tiefe bist, wo du sagst, die Träume, die werden sich nie erfüllen. Ich kann es nicht, ich muss es aufgeben. Josef lässt sich nicht auf dieser Schlagzeile ein, nur ein Träumer zu sein. Er vertraut seinem Gott. Und Satan, er versucht auch in deinem Leben einzugreifen. Er versucht auch deine Träume zu zerstören, dich unbrauchbar zu machen für seinen Dienst, für sein Reich, weil du so frustriert bist, weil du enttäuscht bist, weil irgendwas in deinem Leben passiert ist. Dass du diesen Traum, den Gott dir gegeben hat, begräbst und sagst, aus vorbei, keine Hoffnung. Gott hat einen Traum für mich. Ich habe einen Traum. Ich möchte ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes sein. Das heißt nicht, dass ich perfekt bin, aber mein Ziel ist es, Gott zu gefallen. Mit allem, was ich tue, in allem, was ich tue. Josef, unschuldig von den Brüdern verkauft, mit der Anschuldigung eines Vergewaltiges im Gefängnis. Josef, dein Leben ist sinnlos, hoffnungslos. Gib auf, aus deinen Träumen wird doch eh nichts. Und Josef sagt, ja, das gehört zu meinem Leben. Das steht in meinem Lebenslauf. Ich bin von meinen Geschwistern verkauft worden. Ich bin als Vergewaltiger beschuldigt worden. Aber Gott. Gott war mit mir und Gott ist mit mir und ich werde mich auf Gott verlassen. Egal wie tief es geht, egal wie schwer es sein wird. Ich vertraue meinem Gott. Er hat mich für euch hergesandt, damit ich euer Leben retten kann. Gott hat mich gesandt. Josef sieht in dem Bösen, das ihm geschieht, Gottes Eingreifen und Gottes Rettung. Josef erlebt etwas Böses, das etwas anderes, Schlimmeres Böses vermeiden soll, verhindern soll. Nämlich, dass seine Familie, diese Nachkommen Israels, dass sie ausgelöscht werden. Dass sie durch die Hungersnot sterben. Gott sorgt dafür, dass Josef an diesem Platz ist. Josef sieht aus einer ganz anderen Perspektive auf das, was mit ihm passiert. Die Erfüllung seiner Träume hat 13 Jahre lang gedauert. Aber er hielt daran fest. Vielleicht hast du auch den Eindruck, dass deine Träume gelöscht werden. Dass man dir sagt, das ist hoffnungslos. Das schaffst du nie. Gib auf. Vielleicht musst du auch die Perspektive ändern für das, was für dich so schwer ist. Die Arbeitsstelle, die Schule, die manchmal wie so ein Gefängnis vorkommt. Ändere deine Perspektive und sieh, dass Gott dich gesandt hat. Damit du da, wo du bist, ein Licht bist, ein Zeugnis bist von der Hoffnung, die Jesus Christus schenkt. Du gehst nach Hause, du gehst in die Schule, du gehst in die Firma, ins Büro. Nicht, weil du musst, sondern weil Gott dich gesandt hat. Und deswegen bist du da. Du machst Gottes Traum zu deinem Traum. Josef sagt immer wieder seinen Geschwistern, ihr habt mich verkauft, ihr wolltet Böses mit mir. Aber Gott benutzte dieses Böse, um etwas Gutes daraus zu machen, nämlich euer Leben zu schonen, euch zu retten. In unserer gefallenen Welt ist das Böse allgegenwärtig. Aber Gott ist fähig und allmächtig, sämtliche Umstände so zu wenden und zu verändern, dass sie langfristig uns zum Guten dienen. Gott handelt nicht, um uns glücklich zu machen, sondern um seine Absichten, seine Träume für mein Leben zu erfüllen. Bei Josef war sein Plan von Anfang an, Josef zu gebrauchen, um das Volk Israel, aber nicht nur Israel, sondern auch Ägypten und die vielen Menschen, die damals unter der Hungersnot litten, zu retten und ihnen die Hoffnung zu geben, eine Möglichkeit zu geben, weiterzumachen. Gott handelt immer nach seinem ewigen Ratschluss. Ihr habt mich verkauft, aber Gott hatte andere Pläne. Nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Was für eine veränderste Perspektive. Nicht ihr habt mich verkauft, sondern Gott hat mich gesandt, damit ich euch retten kann, um euer Leben zu retten. Hört auf mit euren Vorwürfen, mit dem schlechten Gedanken und Gewissen. Ich habe euch vergeben, aber jetzt musst du euch, müsst ihr euch selbst vergeben. Und das ist oft das Schwierigste, sich selbst zu vergeben. Wenn wir in den Nachrichten schauen und sehen, wie unschuldige Menschen leiden, dann fragen wir uns oft, Gott, wann willst du endlich eingreifen und dem Bösen ein Ende setzen? Das Kreuz ist die Antwort Gottes auf diese Frage. Gott hat etwas getan. Und das, was Gott getan hat, ist so gewaltig, so mächtig, dass das Universum den Atem anhielt. Gott leidet nicht nur mit uns mit, sondern er kommt selbst in diese Welt, wird Mensch, leidet als ein Mensch unter Menschen, wird ans Kreuz genagelt, weil er einen Traum hatte, dich und mich als seine Kinder mit ihm zusammen im Himmel zu haben, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und das ändert in dem Moment, wo Jesus Christus für unsere Sünden stirbt. Aber wir kommen von Ostern. Das Kreuz ist leer, das Grab ist leer, Jesus lebt, er ist auferstanden. Und das ist die größte Hoffnung für die gesamte Weltzeit. Gott hat mit dem Bösen gehandelt. Gott hat dem Bösen eine Möglichkeit zu geben. Hier kannst du einen Ausweg finden, indem du zu mir kommst und ich dich erneuere und gebe dir einen neuen Traum für dein Leben. Eher so heißt es in der Bibel, erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Aus den Leiden Jesu kommt für uns eine wunderbare Herrlichkeit hervor. Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen. Wir haben Vergebung erlebt. Unsere Sünden sind vergeben. Wenn du es für dich ganz persönlich in Anspruch nimmst und Jesus um Vergebung bittest. Durch Jesus werden wir umgestaltet. Wir werden verwandelt in sein Ebenbild. Und durch Jesus bekommen wir einen neuen Traum für das Leben. Den Traum, Gottes Traum für mein Leben und für dein Leben. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedacht es gut zu machen mit dem Ziel, euch, uns zu retten. Wenn du morgen in die Schule gehst, in die Firma, ins Büro oder wo immer du arbeiten musst und es für dich schwierig dort ist, wie ein Gefängnis vorkommt, wie so ein Sklave, wo du denkst, ich muss wie ein Sklave arbeiten. Dann ändere die Perspektive und schau mal, Gott hat dich dahingestellt. Weil Gott ein Ziel mit dir hat, einen Traum für dich hat, dort wo du bist, ein Licht zu sein, ein Zeugnis zu sein von der Hoffnung, dass Gott dein Leben verändern kann. Und wenn du diese Perspektive bekommst von Gott, dann lebst du Gottes Traum an dem Ort, wo du bist. Ich habe einen Traum. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde wachsen, geistlich stabil sind, dass wir über den Kreis Neuwied Segensträger sind von der Größe, von der Allmacht, von der Gnade und von der Hoffnung, die Jesus Christus gibt. Dass wir sein Licht sind, ein Leuchtturm inmitten einer dunklen Welt. Ich habe einen Traum. Hast du einen Traum? Wenn du keine Träume hast, wenn du nicht weißt, wie dein Leben weitergehen soll. Wir bieten einen Kurs an, die Berufung zu entdecken. Meld dich an. Bitte Gott, dass Gott dir einen Traum schenkt für dein Leben. Geh zu diesem Kurs und lass dir von Gott einen neuen Traum für dein Leben schenken. Und dann lebe diesen Traum. Lass diesen Traum von Gott verwirklichen zu seiner Zeit. Josef bemühte sich nicht, dass sein Traum in Erfüllung geht. Das hat Gott getan. Aber Josef war treu, wo immer er sich befand. Und er hat treu das getan, was Gott von ihm erwartet hatte. Gehorsam seinen Weg zu gehen. Ich habe einen Traum. Hast du auch einen Traum für dein Leben? Oder hast du aufgehört zu träumen, weil man dir gesagt hat, daraus wird eh nichts? Wenn Gott dir einen Traum für dein Leben gibt, dann wird Gott dafür sorgen, dass dein Traum sich erfüllt. Wie bei Josef. Gib nicht auf. Halte fest. Und sei treu an dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat. Ich möchte mit uns beten und euch bitten, dazu aufzustehen. Allmächtiger Gott und Vater, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns kennst. Dass du Träume in uns hineinlegst, aber wir oft unsere Träume begraben, vergessen, beiseite schieben. Ich möchte dich bitten, dass du uns den Mut gibst, diese Träume zu leben. Ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen von uns einen neuen Traum für unser Leben gibst. Einen Traum, den du möchtest, dass wir träumen. Den Traum, den du möchtest, dass wir in Erfüllung bringen. Ich danke dir, Herr, dass du jedem Einzelnen annimmst, so wie wir sind. Mit der Geschichte unseres Lebens, die das Leben in uns schreibt. Und ich bete, dass wir lernen, mit diesen Situationen so umzugehen. Und dass wir unsere Perspektive ändern und es aus deinem Blickwinkel betrachten. Dass du es gut mit uns meinst. Ich bete, dass du uns den Mut schenkst, uns immer wieder neu auf dich einzulassen. Auf die Träume, die du für uns, für jeden Einzelnen von uns hast. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Damit wäre der Gottesdienst heute beendet. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Kommt gut nach Hause. ein fizer represented Koscius. Ich wünsche euch einen Dios